Oh, dieser Verkehr, der färbt, egal in welchem Spiel, was mich spielt. Du bist erledigt, verstehst du? Erledigt! Ja, ja, richtig ab. So, jetzt schön in die Seite reinknallen. Komm, 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 das schaffen wir noch jetzt. Nächster Wirkung, ah, 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 ah. Komm, wie schon mal in der Fresse, Alter. Wie viel vier jetzt noch ausgedrückt, Scheiß-Lambo-Gee-D. Geht doch! Voller T-Bone! Voller T-Bone! Nö! Willst du mich verarschen? Wie viel soll ich denn noch ausschalten? Alter Vater, ey! Ja, ja, das machen wir aber das nächste Mal. Wir sehen uns. Willkommen zurück. Und, äh, ja. Machen wir weiter. Alter, sollen wir doch glatt die ganze Crew ausschalten? Ist ja unglaublich. Wer ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Der Arme von KT! Ich leck mich am Arsch. Ich schalte Eid aus. Schalte Eid aus. Nächste Wack, wir brettern den Alpha hinten zu bauen. Ich leck mich am Arsch. Hinten drauf, brettern scheint wirklich die beste Lösung zu sein. Wer hat sich gemacht? Ich leck mich dem ich um. Schalte Eid aus. 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 Wow. Als ob du mir so leicht davon kommst. Ne, 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 ne. So, noch mal. Willst du mich nacken? Hehehehe. Läng mich am Arsch, Junge. Ja, komm. Scheiße, okay, Alter. Meine Fresse, Alter. Das ist doch wirklich der beschissenste Need for Speed Teil von allen. Need for Speed Teil, die ich jemals gezockt habe. So. Ja, ja, wir wissen, dass er hier wieder da durch. Ups. Ähm, nee. Wohin kommt der? Ich hab's noch vor meiner Nase. Ähm, nee. Wohin kommt der? Ich hab's noch vor. Ich hab's noch vor. Ich hab's noch vor. Wohin geht hier hin. Der Wagen wird stark beschädigt sein. Fährt er wohl deutlich auf. Ja. Er scheint ziemlich in der Nähe zu sein. Ich warte mal hin. Ich hab's noch vor. Ich hab's noch vor. Wohin geht's noch vor. Ich hab's noch vor. Wenn wir beide wissen, ist... Wow! Ach komm, Alter. Ich will mich jetzt nicht irgendeine Zeit wieder mit dir rumschlagen, ey. Oh, gut, dass ich die rechten sah, ey. Oh, gut, dass ich die rechten sah, ey. Lalalalalalalalalala Das gibt es nicht Ey, dieser Verkehr Ich denke, wir nehmen den Verkehr in die Post die Augen Jetzt reicht es mir einfach Jetzt reicht es mir beispielsweise Hier, scheißegal EGAL wie! Ja, fail. So! Da hast du dein Fett weg, alter. Alter, ist der Fort GT aber heftig, du. Hey, ich bin's wieder. Hi. Ich hab Angst. Richtige Angst. Ja, ich auch. Kannst du bitte so schnell wie möglich vorbeikommen? Bitte! Naja, Nummer zwei, komm. Schieben wir auch direkt hinterher. Ich hoffe, der ist nicht so hartnäckig. Oh Gott, leg mir mal die Fort GT! So! Ja, was ist denn da jetzt? Danke, du Schatz Zivilist! Danke, du Schatz Zivilist! Ach ja, er wird wieder den gleichen Bächern. Aber zumindest haben wir den rot geschaffen. So! Ach ja, er wird wieder den gleichen Bächern. Aber zumindest haben wir den rot geschaffen. Gut! Rechtsrum! 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 Oh, oh! Das war aber ein spektakulärer Sprung. So, schön hinten reingebrettert. Toll, jetzt haben wir es zwar rot. Ah, komm schon. Schön hinten reingequetscht, Alter. Äh. So. Und der letzte Schlapport. Nein! Ja! Boah, war der Knack. Haben wir es doch tatsächlich geschafft, ey. Meine Güte, du. Endlich. Oh. Ja, nö, ist klar. So, wir gucken erst mal. Ach, nö, gucke an. Stimmt ja, wir sollen sie treffen. Willst du, was machen wir eben? Dann haben wir unsere Ruhe. Danke, dass du gekommen bist. Also, ich hab's rausgefunden. Es ist der Wagen. Zack muss ihn dem Falschen gestohlen haben, weil... Hector fast ausgeflippt ist. Ich soll ihn hier behalten. Alle Racer sind doch weg. Verschwunden. Hector, Zack, Nickel und sogar G-Mag. Naja, ich hab jetzt echt Angst. Also, bitte, bring den Wagen von hier weg. Polizei. Ich wusste nicht, ob du kommst. Deshalb hab ich die gerufen. Tut mir leid. Danke auch. Wir sprechen uns noch. Hä? Oh. So viel. Langsam wird es mir zu bunt. Ich habe gerade Inspektor Chase Lynn bei mir. Leider ist sie zurzeit ein bisschen eingespannt. Also werde ich dir mal genau erklären, wie der Stand der Dinge ist. Du hast meinen gesuchten Wagen. Das weiß ich. Denn meine Beziehungen sind weltweit und hervorragend. Du hast ihn mir noch immer nicht zurückgebracht. Bring meinen Wagen zum Lagerhaus bei Canal & Bay. Ich warte dort auf dich. Keine Polizei. Sonst gibt es noch mehr Opfer. Ja, ja, ist klar. Leck mich am Arsch. Verräterin. Nein, ich wollte jetzt eigentlich unbewusst nicht spoilern. Äh, bewusst nicht spoilern. Aber ich hab's doch getan. Machen wir einfach weiter, fällig. Ja, genau. Da stand's gerade. Verraten. Hä? Wir wurden verraten. Hi. Nein, ich kann kein Chinesisch. So ein gutgläubiger Kerl. Bitte sehr. Sie werden Hector finden. Und auch die anderen, die ihr beseitigt habt. Und auf dem Material der Überwachungskameras bist du natürlich auch mit den anderen zu sehen. Das kann dir aber egal sein, denn dann bist du leider nicht mehr hier. Da ist's. Oh. Was hast du nur getan? Danke für all deine Hilfe. Dachtest du, dass es so schwer ist, einen einzigen Wagen zu finden? Nö. Aber es ging gar nicht um den Wagen, sondern um das, was drin war. Viel Glück. Schlampe. Sorry. Der musste gerade raus. Alter. Ist das jetzt das Ende? Oh, ist egal, oder? Boah, super, Alter. Ja. Ja. Toll. Ja. Ich knapp. Ja. Ich weiß, dass du unschuldig bist, aber ich brauche Zeit, um nicht rauszuhauen. Schnapp dir Chase, dann kannst du deine Unschuld vielleicht beweisen. Ja. Ich weiß, dass ich sehr gut bin. Ja. Ja. Das ist nicht, aber ich bin schon rausgekommen. Ja. 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 Was für Container! Leute, wir schicken euch den Rettungsdienst gleich raus. Er steigt voll auf die Bremse. Passt auf! Versuch dich nach links zu treiben. Wir haben die Nägel ausgelegt. Sorry, Leute! Festnahme negativ. Bleiben dran! Alter, lädlich am Arsch. Das ist das Ende. Hurra! Ich bring ihn an den Rand. Wenn er festhängt, schwammt ihn euch. Der Käfer ursacht heftige Sachschäden. Kann sich der IT das mal ansehen? Dabei habe ich nichts ausgeschaltet im Video. Oh, schön. Siebengang Wagen? Auch gut. Äh, okay. Äh, so. Tschüss! Fickt mich am Arsch! Und alle rasen durch! Ja! Ich probiere die letzte Meldung, wir haben ihn! Ich hab's doch gerade doch geschnappt! Alter Vater! Nee, 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 nee! Könnte knicken! So, leck mich am Arsch! Da kommst du nicht so einfach durch! Leckst du mich am Arsch? Zentrale 1025, wiederhole 1025! Brauch'n Transporter! Ich seh' ihn hier unten nirgends! Herr Heli, könnt ihr uns da oben irgendwie helfen? Ziel in Sicht! 420 findet ihr auf euren Bildschirm! So, kurze Pause!